und weiter geht's ich hoffe diesmal laut genug aber beim letzten mal war ich glaube ich ein bisschen leise keiner weiß warum so mission kann ich leider gerade nicht bin denn ich finde das ein bisschen blöd neben speichern und laden weil wenn ich mal alles mitbekommen die frage ich einfach noch mal neu starten kann ich neu starten müssen fortsetzen was wenn ich hier runter springe ich versuche das jetzt einfach mal einfach nur für euch vielleicht kommt das intro noch mal kontrollpunkt plan neue mission wir gehen mal so genau so rettungsmission nahe kreta sind wir hier wollten wir auf teilt sich ja gut kann man waffen nimm mal die mit ist ja nicht ganz so wichtig so genau ich glaube so machen wir das jetzt bei jeder mission so bekommt man das noch mal mit auf nichts macht ja die macht bringt hier erstmal gar nichts aber hier bestimmt genau das jetzt mal wieder gar nicht gebraucht hallo okay geduckt hast du schon gewettet warum sollte ich die meisten gefangenen kommen keine zähne bevor sie der reinkau was ich komme viel weiter ne komm schon bleibst du hier der trifft mich nicht was für ein konter so jetzt gab es hier einige moment mal verpassen ja sonst die hälfte hier was für eine aufgabe haben wir ja nicht bekommen das weiß ich gar nicht mehr von mir runter die ging die ging die ging hallo hallo mit den eigenen waffen geschlagen jetzt gibt es hier natürlich zwei wege oder sogar drei mit zwei wege jetzt noch lang einmal hoch hier auch nochmal hallo hier code karte benötigt gehen wir erstmal hier hoch so eine begrüßung hier eine code karte die hatten sie schon mal nicht hier was ja okay hier mit hallo da kommt jetzt ein gegner raus oder so da ist doch jemand so haben wir too many ways zu viele wege man ist das hier ist das eine Elchen das ist ein spoiler kann mir bitte mal jemand sagen ach hier ist schon mal ein Toner zu schon mal nicht zu gut wie oder wo oder was sind wir denn jetzt hier aufgegangen das war ein bisschen viel hier gerade ich da vielleicht nicht runter springen dürfen ah da ist jemand sind die gute oder böse schnell holen sie uns raus bevor der rencor kommt rencor wer oh cool so Tür auf oder was kann ich ihn töten oder bringt das nix hat mir gar nichts ausgemacht oder ach nee hat ihn anders genommen ich könnte ja mit der waffe beschießen schlechte idee oder bringt das nix bringt das was oder bringt das nix so alle wow geile waffe hallo wie kriegt der null schaden hier an der junge oh nein nein raus 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 ist er eingequetscht Raketen aufgebracht oh nein bringt das nix hm oh jetzt ey zack das war's na gut ich dachte es gibt irgendwas tolles so ist noch jemand ah zwei leben noch was ich weiß nicht warten sie hier was hier hm Zugangstunnel am Ende der Halle ist aber doch hergekommen oder ist mir nie von hier gekommen hm hier waren wir ja noch nicht dann gehen wir erst mal hier nach wird ja wohl nicht so verkehrt sein ah Moment ich muss gleich mal heilen wir vergessen das immer oh nicht das hallo jetzt oh aber wir sind geilt äh hier sind wir hergekommen okay das heißt das heißt die könnten noch jetzt diesen Weg gehen die Jungs ja ich habe diese Zugangskarte von einer Wache damit können sie den Lift am Ende der Halle benutzen mhm mit der Mordzeit Jaden wie ist dein Status die Ältesten sind auf dem Weg zum Zugangstunnel aber ich muss noch andere Gefangene befreien okay ich nehme sie auf wenn sie hier sind sei vorsichtig Jaden guten Tag huh wir haben ein Wettbüro was wetten die auch auf die Dinger da ich bin ja fast tot warum bin ich denn fast tot hab ich nicht aufgepasst jetzt so kurz heilen haben die beiden mir so viel Schaden gemacht hier so den da auch oder was ne den nicht ich wette du bist ein Verantwortlicher hier jetzt nicht mehr ups so was ist das hier unbekannt da geht es schon mal mit dem Fahrstuhl was was ist denn hier oh der trifft mich was was ist das für ein Treffer Bauchschuss hm wieder zwei Wege was war das Granate das war ja nicht so toll wow der Sack macht eine Granate auf mich hallo hm so ein Blödsinn okay wie viele Fahrstühle gibt es hier denn Kanaden sind mir hier uncool finde ich na na boah die machen so viel Schaden hm mach hier ich glaube ich muss mal einen Knopf zum Muten einbringen hier so jetzt haben wir die nächsten Tore offen grün gelb gelbe wand ja boah wer seid ihr hallo das suchen ist ja mega uncool hier jetzt kommen wir wieder eine riesenrunde im Kreis um diese zu suchen na ah hier Dirk lauft meine Kinder lauft wo ist der nächste Boss boah äh kommt diesmal keiner nun gut vielleicht ist der Typ gedacht gewesen dass ich na egal muss ich die begleiten jetzt hier oder rennen die alleine raus ich denke mal die werden alleine rennen die nächsten so dann nochmal diesen Weg äh hier ne doch hä das ist nicht der richtige Weg ne das war der Weg hier war das genau da wieder rein hoch runter und dann was äh leben die alle wieder sind gerade alle gekillt hier krasse scheiße ist schon was los hier hallo kannst du mal bitte jemanden umhauen hat er den Sprung gesehen hat er zwar gar nichts gebracht aber er sah gut aus hab mich wo die herkamen die waren alle schon tot so dann nehmen wir mal direkt den fahrer grüner pfeil heißt zu grüner eben ja gut ja was hast man dich hier zu dir boah ich habe etwas lichtschwert vorne und er trifft mich hebel da die nächsten kommen raus auf sind sie rausgeschoben wie in so einer Produktionsfabrik auf raus mit euch hopp weg kusch wo ist denn der Ausgang da lang gut dann gehen wir da lang oh nei oh nei hm 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 ich weiß nicht ob das was bringt hier oh idiot ja es ist wichtig dass er genau rein rennt ding 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 wir machen mal eine Weltreise der ist alle der ist aber noch nicht alle hier also wer Bock kann kann daraus einen Song machen alle was ist mit ihm kommt gar nicht ran und wie viel Striege der hat hä oh ne hängt sich gerade auf hier der haltet ihr das lecker auch rum 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 nein 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 naja mag man nicht wird auch das sieht schon ganz schön lidiert aus ich krieg irgendwie keinen Schaden oder er kriegt zu viel Schaden aber stirbt nicht nein das war nicht so gut das war nicht so gut okay wir beruht ne aber wie gleich ich ihn bekomme hier hallo krass die machen ja Schaden im Nahkampf jetzt muss ich das ganze Ding normal machen hier Mensch ey du bist schuld hallo gleich Energie zack du da bist schuld egal du bist schuld nun gut also den großen dicken müssen wir denn den unbedingt platt machen oder haben wir da die Qual der Wahl das ist doch nicht wirklich Munition ne hm please open the door kann ich denn irgendwie verhindern dass er mich kriegt ich kann ja nicht dauerhaft mit dem Schwert werfen das dauert ja ewig come on wir kennen das so windvoll auf geht's da ist er dann bleibt man gleich stehen vielleicht bringt das was erst mal das hier ordentlich sitzen alles rein da was geht boah aber halt sehr lange ich hab das gefühl das Ding hier macht so gut wie kein Schaden hier jetzt ne doch nicht so ist es aber umkippt immer ins Gesicht alle alle so jetzt kann ich doch nämlich mit dem Ding hier stundenlang werfen wie lange wollen wir da sitzen wie lange ey ohne Mist wie lange wollen wir da sitzen wo 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 was ist das für eine Verarschung na wenn du macht das alle das kann dauern ja und rein da macht auch keinen Schaden da auf ihn da 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 so wir bräuchten jetzt hier einen Live-Shit zur Zeitüberbrückung was 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 einschlag hey und ist hier ein Bug come on hau ihn um wir lassen ihn mal leben ich bring's was so ich hab nur noch keinen Plan wie ich den platt machen soll aber ich muss ihn platt machen glaube ich hallo seit wann rennt er hier weg hier geht ja alles in die Hose gerade so nochmal ich glaube mit dem rumrennen ist so nicht das beste müssen nur hartnäckig bleiben große Fläche bräuchten wir so hab ich die gerade alle getötet ne boah wir sind ein bisschen nah wa jetzt ja das war's das war's das Ding was keinen Schaden macht hier so richtig drehen wir uns einfach um hm ist die Fläche groß genug? ne eigentlich nicht das Ding haben wir noch was irgendwie gar nicht ankommt vom Gefühl ich glaube hier kämpfen wir uah so jetzt ganz halt im Kreis drehen irgendwie ne schafft er nicht oh das ist schnell vielleicht so um besser hier mal krieg ich irgendeine hier naja das gibt's doch gar nicht das bringt nichts ich muss gerne auch immer probieren was ein Rebell oh was Achtung was Achtung da muss ich vielleicht doch wegrennen vor ihm hm ich bin mir unsicher bleib mal dran hm hm ins Gesicht hm 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 die stehen ja dann nur hier rum also ich muss ihnen ja hier hier ist eine große Fläche aber hier kann ich nichts machen so muss es bleiben genau bleib so bleib so bleib so na 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 nein also bringt auch nix bringt auch nix nö dö 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 ach ärgerlich so viel Munition kann ich gar nicht sammeln oh der Arm war ab oh wann schießt denn eigentlich das Schwert aber ab 20 beziehungsweise wirft ich soll ein bisschen länger aufladen lassen das Schwert hat gesessen was das ist doch ein nerver in den fight hier ey hat ja nichts mit Stärke zu tun können wir uns unsichtbar machen der bräuchte so eine Lebensanzeige so ein bisschen Hoffnung schon mal wie lange dauert es noch hä rein der weg jetzt schon so viele Streifen so viele Schnitte boah ja dranbleiben war's das? jawoll ein mühsamer Kampf oder muss ich einfach nur zu ihnen hinrennen das müssen wir auch gleich nochmal probieren vielleicht müssen wir nicht immer kämpfen was? was? was für ein Müll auf weiter geh einfach vorbei kommt kommt weiter das ist ja ein scheiß hier wirklich komm ich lenke ab und ihr rennt weiter das ist ein komisches Szenario hier bleib mal hier bleib mal hier sind sie jetzt weg? scheint so vielleicht kann man doch leben lassen laufen wir noch die eine Runde? bleib dran ding 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 oh wie weit war denn das Schwert jetzt weg? oh sieht's so aus als wären sie weg hm und dann gehen wir jetzt auch so wo ist denn der Ausgang? hm 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 also müssen wir vielleicht doch nur ablenken das sah nach einem Ausgang aus hier will ich mal vermuten ja ja weiter geht's wir haben jetzt Tor 1 fertig Das ist die Frage. Hat das andere gespeichert? Das andere hat auch nicht gespeichert, oder? Boah. Was sind denn ihr für Witzbolle hier, ey? Komm, rein mit dir. Zack, Kopf ab. Wir lassen ihn wieder leben. Vielleicht bringt es ja Glück. Imperiales Schnellfeuergewehr. Ja, haben wir noch eine Waffe? Ne, haben wir jetzt nicht. So, das ist fertig. Ja. Beide weg. Haben wir hier noch eine Waffe gehabt? Inzwischen nehmen wir ja alles, was wir kriegen können hier. Gehen wir erstmal links. Bei blau waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Bin mir unsicher. Kawabanga. War das nicht ein anderes Spiel? Turtles oder sowas? Schon wieder so ein kleiner Wicht. Hallo. Er ist links von mir, ne? Ja, komm, raus. Die, 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 die. Was? Was ist das? Gleich wieder Schaden genommen von nichts? Wo ist er denn? Da. Komm, läuft. Ich schlenke ihn ab. Die Wetten laufen. Seid ihr weg? Ne, noch nicht. Ins Gesicht geworfen. Jetzt sind sie aber weg, oder? Aber wohin? Ah, da. Ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden. So, gleich wieder da rein. Blaues raus, rotes raus, aber glaube ich noch gelb. Das ist ja lächerlich. Jetzt muss hier was Neues. Selbe Etage. Und diese Nahkämpfer sind echt eklig. Können wir das Ding hier kaputt machen? Na. Ich habe ja keine Munition mehr, oder? Doch. Hm. Oh, das ist nicht. Welche Schaden. So. Du behältst erstmal alles in der Beobachtung, ne? Dass die erstmal neue sind. So, da waren wir. Da links waren wir. Gehen wir jetzt noch hier rechts lang? Mhm. Genau, hier waren wir auch schon. Mit seiner komischen Bombe. Oh, geh weg. Mit seiner komischen Bombe. Oder? Oh, wo kommt der her? Ja. Übersehen. Nun gut. Dürften die letzten sein, ja. Guten Tag. Ach, wo ab mit deiner Bombe? Ja, was war das denn? Oh, der ist mal hier volle Kanne alles runter. Noch einer? Ne. So, kurz warten. Wir mögen uns mal heilen. 76% reicht das? Rein, Türhütte schon. Auf die Hütte. Vielleicht das letzte Bergungsding? We will see. Auf, raus mit euch. Da. Doch noch so ein Gegner hier irgendwo. Wo rennt ihr lang? Da. Sieht sauber aus. Gut. Hat er sich nicht gezeigt diesmal. Wir gehen mal hinterher. Weil ich glaube, da... Guten Tag. Ist ja eine Top-Lage für dich hier. Wir gehen mal nach, weil ich glaube, es gab keinen Weg mehr. Äh, hier. Oder? Kyle, hier ist Jaden. Das waren alle. Gehen zurück zum Zugang. Ich glaube, es ist Jaden, Alaba. Was? Gehen zurück. Wie bitte? Okay. Gute Arbeit. Die Ältesten wurden zurück zur Stadt gebracht. Ich hätte zu gern das schleimige Gesicht des Hutten gesehen, als seine Gefangenen verschwunden waren. Hm. Wurf 61 Mal. Master Skywalker und Master Katan sind von ihren Missionen noch nicht zurückgekehrt. Oh, das ist nicht gut. Jetzt gehen wir gleich mal in die nächste rein. Soncu? Vielen Dank.